Wie du jetzt am Start schon sehen konntest, geht es heute um das Kurzhanteldrücken. Ganz wichtige Übung für die Brustmuskeln, Trizeps und Schultern. Dem Bankdrücken sehr ähnlich, allerdings mit zwei Kurzhanteln. Und das Problem ist, wenn die Gewichte schwerer werden, ist es gerade für Frauen schwierig, die sicher umzusetzen. Sagen wir mal so ab 10, 12, 14, 16 oder 18 Kilo. Das heißt, du könntest vielleicht die Gewichte drücken, aber du traust dich nicht so richtig, weil du die Hantel nicht sicher hoch bekommst. Und da möchte ich dir jetzt einen sehr wichtigen Hinweis geben. Ich selbst bin Jörn Giersberg. Du kennst mich vielleicht auch von diesem Kanal. Ich bin Experte für Muskelaufbau und auch fürs Abnehmen. Und heute habe ich Nadine dabei. Und ich möchte gleich mal loslegen und dir diese wichtigen Hinweise geben. Nadine, legst du dich mal bitte auf die Bank. Es ist ganz wichtig, dass man sich entweder einen Trainingspartner mitnimmt. Die meisten haben es allerdings nicht. Und dann macht es einen Sinn, im Studio jemanden anzusprechen. Wenn du dich als Frau nicht traust, Männer anzusprechen, dann guck, ob dort irgendwie Frauen dabei sind. Und geh einfach hin und sag, kannst du mir bitte mal kurz helfen? Und dann sollte die Hilfestellung folgendermaßen aussehen, dass man also dann denjenigen bittet, die Kurzhanteln einzeln hier reinzugeben. Ja, also einzeln. Und das ist hier auch ein wichtiger Schlüssel, dass ihr die Hanteln so abheben müsst. Also es macht keinen Sinn, die Kurzhantel jetzt so hoch zu heben und ihr die dann zu geben, weil dann würden unsere Hände kollidieren. Ja, also seitlich greifen von unten, stabilen Stand rechts zuerst. Dann die andere Seite. Kurz den Hinweis geben, dass sie nicht von der Bank kippt, wenn sie rechts startet. So, dann mach mal bitte ein paar Wiederholungen. Und hier ist es jetzt auch ganz wichtig, dass ihr nach Möglichkeit und der Hilfende mit den Händen in der Nähe der Hanteln bleibt, um das Gesicht zu schützen, falls sie wirklich mal so ein bisschen abdriftet. Einmal noch. So, ich nehme beide gleichzeitig. Wichtig ist immer, eine gewisse Ansage auch zu machen. Also ich gebe erst in die rechte Hand oder erst in die linke. Ich nehme beide gleichzeitig ab. Wenn das für dich oder für denjenigen zu schwer ist, beide zu greifen, geht es auch einzeln. Ich zeige das nochmal. Wir gehen nochmal, starten mit rechts. Jetzt links. Wenn Nadine dann fertig ist mit dem Satz, dann sagt man dann also, okay, ich nehme erst die rechte. Dann kann sie sich darauf einstellen, sich austarieren und gehe dann schnell auch in die andere Reihe. Ja, also ganz zwei wichtige Komponenten. Erstens, um die Hantel gut zu übergeben und sie auch abzusichern bei der Übung. Kleiner Tipp von mir. Ich habe ein kostenloses Webinar. Da erfährst du wirklich wichtige Dinge über das Training, über die Ernährung und die Motivation. Guck mal unter dem Video, findest du den Link. Trag dich ein, such den Termin aus. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen.